Hallo liebe Leser, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, suchen wir auch diesen Monat wieder das Bild des Monats. Dieses Mal ist das Thema Selfies, also eigentlich ganz einfach. Macht einfach ein Bild von euch, allein oder mit euren Freunden oder vielleicht auch mit eurem Haustier und schickt uns das entweder per E-Mail oder per Facebook-Nachricht zu. Natürlich gibt es auch diesmal wieder etwas zu gewinnen, und zwar einen Gutschein für ein Porträt-Shooting im Wert von 60 Euro von Sina Hirschhausen. Also viel Spaß beim Fotografieren und viel Erfolg. Wir freuen uns auf eure Fotos.